Hallo und willkommen, schön dass ihr dabei seid zu einem neuen Video zum Spiel State of Survival. Heute mal wieder ein Blick vom aktuellen Testserver, das heißt alles was ich euch zeige muss nicht unbedingt so kommen, das ist noch in einer frühen Entwicklungsphase. Ich und auch ein paar andere, die schon Zugänge haben, können sich das schon mal anschauen. Das ist auch nicht ganz neu, also die gibt es schon ein paar Wochen, ich habe es noch nicht geschafft mir vorher mal anzuschauen, aber jetzt gucken wir mal gemeinsam rauf, ihr seht schon Winter is coming, draußen sind hier bei mir gerade 30 Grad, aber das nächste Migu Event wird im Winter stattfinden, das ist dieses neue Gebäude hier, gucken wir uns mal an wie das funktioniert, ist relativ ähnlich aufgebaut wie sonst auch, was aber ihr vielleicht schon seht, der Look ist hier ein bisschen anders, denn huch ne ich will mich jetzt hier nicht verbinden. Es gibt einen neuen 3D Modus, da habe ich vor einem halben Jahr oder so schon mal ein Video dazu gemacht, zu einem ersten Test, jetzt haben sie das noch mal aktiviert, ich gehe hier mal raus, ihr seht hier die anderen Allianz Mitglieder sehen alle ein bisschen anders aus, wenn ich mal ein bisschen raus scrolle, wir haben jetzt hier Zombies, das ist alles Schnee, die Bäume sehen ein bisschen 3D mäßiger aus, wir gehen mal auf die Karte, ihr seht hier das ist alles schon im Winter Look, ich wollte aber mal zur Hauptstadt gehen, dass ihr das hier mal sehen könnt, die Türme sind jetzt ein bisschen mehr 3D Look und das Ganze könnt ihr aktivieren, also jetzt noch nicht im Live-Server, aber auf diesem Test-Server in den Optionen, wenn ich hier auf Spiel reingehe, kann ich hier sagen 3D Modus an oder aus, finde ich ganz cool für die, die noch nicht ein Handy haben, was so viel Performance hat, dass es flüssig läuft und was ich dazu entdeckt habe, hier drunter, es gibt jetzt drei Einstellungsmöglichkeiten für die Grafikqualität, was es jetzt ja schon gibt, ist das hier, 30 oder 60 Frames und da ist die sehr starke Empfehlung, wenn euer Handy das packt, stellt es auf 60, das läuft einfach deutlich flüssiger, wenn ihr schnell hin und her scrollt, ist das echt angenehmer, wie das aussieht. Was wird euch heute in dem Video erwarten, wir schauen mal ein bisschen das neue Design an, wir sehen hier oben schon, der Bereich ist ein bisschen umgestaltet worden, wenn ich hier zum Beispiel die Allianz aufmache, sieht das anders aus, wir haben ein bisschen andere Farben, da gucken wir einfach mal so ein bisschen rum, wie es jetzt aussieht und wir gucken uns aber auch mal den Helikopter an. Da gab es schon eine Ingame-Nachricht, dass der bald erscheint, wir haben ja den Hangar hier, ab einem gewissen Startalter, kam auch schon die Frage, wann kommt denn das Ganze, das wird nach und nach freigeschaltet, wie bei Plasma, erst habt ihr nur bis Stufe 30 und danach geht das weiter und wir haben ja jetzt in meinem Start 21 schon den Flugzeug eine ganze Weile und als nächstes kommt jetzt hier dieser Helikopter dazu. Ich habe da schon ein paar Materialien zum Ausprobieren bekommen, ihr seht schon das sind andere Materialien, als man für das Flugzeug braucht und das Ganze kann man jetzt auch in einer Staffel zusammenbauen. Das heißt, wir sehen schon, wir haben noch einen dritten Platz frei, da wird noch irgendwas anderes kommen, vielleicht eine Rakete oder keine Ahnung was und wir gucken uns mal an, was mich selbst auch interessiert, was ich noch nicht weiß, ob die Stats von diesen einzelnen Figuren, wenn ich hier mal draufklicke, das war jetzt hier irgendwie mein Flugzeug und das hier ist der Helikopter, ob diese Werte sich zusammenaddieren oder ob die als einzeln wirken, wenn ich hier in die Siedlung rausgehe, habe ich schon gesehen, kann ich hier ein Zombie angreifen, dann habe ich aber nur das Flugzeug hier drin, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass die Werte, also ihr könnt jetzt hier auf den Helikopter wechseln, trotzdem zusammenaddiert werden. Wir gucken uns das mal an, wie es funktioniert. Ja, wenn ihr auch Bock habt euch mal anzuschauen, hier zum Beispiel, wo da auch diese Marsch-Ansicht ein bisschen überarbeitet, dann bleibt dran, wir gucken uns das jetzt hier mal an. Ich starte jetzt einfach mal direkt mit einem Test, ich greife jetzt also mit meinem stärksten Team und mit meinem aktuellen Flugzeug diesen Zombie an, warten wir mal kurz und danach greife ich den Zombie nochmal mit dem Helikopter an und dann schauen wir uns gleich mal die Werte an, ob die sich in dem Kampfbericht unterscheiden und danach werde ich den Helikopter hochleveln und dann machen wir das Ganze nochmal und dann schauen wir uns mal an, ob sich die Werte verändert haben. So, der Zombie ist jetzt tot, dann nehmen wir einfach den, der hier neben steht und jetzt werde ich hier unten auf den Helikopter wechseln. Ich habe den ja schon hochgelevelt, aber nur ganz bisschen, um mal auszuprobieren. Und jetzt greifen wir hier nochmal den Zombie an und jetzt vergleichen wir gleich die Werte und schauen mal, ob sich da was geändert hat. Vielleicht gucken wir vorne nochmal rein, was der für Werte geboostet hat. Das war hier Hangar. Bis jetzt gibt er mir, ne hier nicht, hier Fahrradtödlichkeit habe ich ein bisschen gelevelt und Infanterietödlichkeit. Also wir nehmen mal Infanterietödlichkeit, der müsste jetzt, wenn die sich einzeln wirken, 4% mehr sein, wenn ich den Helikopter nehme und deutlich mehr bei dem Flugzeug. Irgendwie kann man auch mal zu dem Flugzeug wechseln. Hier genau, bei dem Flugzeug sind die Infanteriewerte schon deutlich mehr. Also wir müssten hier eigentlich einen deutlichen Unterschied sehen. Wir gucken mal rein, Berichte, ihr seht ihr schon, dass es auch umgestaltet worden ist. Das jetzt hier ein neues Design haben. Wir haben hier als erstes den ersten Angriff mit dem Flugzeug hier drin. Ja, der Kampfbericht sieht auch schon ein bisschen anders aus. Hier unten haben wir die Werte Infanteriezustand, merken wir uns jetzt mal. Zustand und Tödlichkeit 676 und 680. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal hier beim Helikopter an. Hier haben wir den Helikopter und jetzt gehen wir nochmal auf die Werte. Ja, 676, 680. Das heißt, es sieht für mich so aus, die Werte werden zusammenaddiert. Das heißt, es ist wie eine, ja stand ja hier auch, wie eine Staffel, dass die beiden zusammenwirken. Ach, schauen wir mal an, hier unten ist noch ein I. Ich klicke da einfach mal drauf. Die Gesamtkraft ist die Summe der Kampfkraft der einzelnen Flugzeuge in der Staffel. Gut, ein bisschen kompliziert formuliert, aber das bestätigt ein bisschen das, was wir gerade gesehen haben, dass die Werte zusammengerechnet werden. Hier haben wir noch ein Fragezeichen. Eine Staffel kann bis zu drei Flugzeuge enthalten. Die Gesamtkraft ist die Summe der Komponentenleistung aller Flugzeuge in der Staffel. Wenn sie eingesetzt wird, ist die Komponentenleistung jedes Flugzeugs geringer als die Gesamtkraft der Staffel, um die Kampfbonus der Staffel wird angewendet. Punkt 1 ist glaube ich klar, das haben wir gerade gesehen. Bei Punkt 2 ist mir das nicht so richtig klar. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das zu deuten ist. Ich verstehe es so, wenn halt zum Beispiel ein Flugzeug oder der Helikopter gerade raus ist mit einem Marsch, dass man dann natürlich dann nicht mehr ganz so viel Kampfkraft hat. Das könnten wir gleich nochmal ausprobieren. Also wenn ich einen Marsch rausschicke und dann der andere mit dem Helikopter losgeht, dass sich dann eben die Kampfkraft aufteilt. Ja komm, wir probieren das einfach nochmal aus. Das heißt, ich greife jetzt zwei Zombies an. Einmal mit dem Flugzeug hier, mit dem stärksten Marsch und dann den zweiten Zombie mit dem Helikopter. Wir haben natürlich jetzt nicht ganz die gleichen Werte, weil ich unterschiedliche Helden mit habe, aber der Zustand ist ja aufgrund der Zusammensetzung durch die Medaillen und die Heldenausrüstung und sowas, müsste ja doch gleich bleiben. Das heißt, wir können jetzt mal vergleichen, wie das aussieht. Vor allem, es sieht für mich so aus, als würde. Doch genau, das Flugzeug fliegt jetzt hier unten lang. Der Helikopter geht jetzt da oben mit vorbei. Gucken wir mal, ob sich das in den Werten jetzt unterscheidet oder ob die gleich sind. So, Kampfbericht. Das ist übrigens auch ganz cool, wie ihr hier sehen könnt. Man kann das hier klein machen, wenn man keine Lust hat, das Ganze zu sehen. Postfach. Das war jetzt hier das Flugzeug. Wir gucken vielleicht nochmal vorher in die Berichte ein, was wir da vorhatten. Zum Vergleich, hier war das erste Mal die Werte 676, 680 und jetzt haben wir das Ganze mit dem Helikopter 676, 680 das gleiche. Und bei dem Flugzeug haben wir das auch. Hm, okay. Interessant. Also für mich sieht das so aus, wenn man die losschickt, dann wirken die trotzdem. Egal, ob sie jetzt in einem oder an beiden Märchen drin sind. Das ist natürlich der Testserver noch. Vielleicht ändert sich das noch, aber in dem Moment sieht es für mich so aus. Egal, ob man ein oder beide mitschickt. Sie wirken trotzdem, als hätte man beide benutzt. Nur, wenn man keins von beiden mitschickt, dann wirken sie nicht. Dann schauen wir uns vielleicht nochmal ein bisschen die Komponenten an, was man dafür braucht. Ich habe hier ein paar für den Test bekommen. Ich haue die jetzt einfach mal durch. Das ist wahrscheinlich das gleiche wie beim Flugzeug. Können wir hier ein bisschen anschauen. Dann seht ihr das so ein bisschen, was man braucht. Ich kann jetzt hier bis Stufe 20 wahrscheinlich hochgehen und dann muss ich erstmal wieder die anderen hochleveln. Das ist ja der, sie haben es anders gemacht. Gucken wir uns mal an. Genau. Also ihr könnt, wie beim Flugzeug auch, bis Stufe 20 die erste Stufe machen. Das war natürlich ein schlechtes Beispiel. Fahrertütlichkeit solltet ihr nicht leveln. Also nur, wenn ihr eh plant, das alles hochzugehen. Das wäre jetzt schlecht. Zum Glück nur der Testserver. Ganz, ganz wichtig. Jäger-Tütlichkeit. Aber als erstes Infanterie. Wo haben wir es hier? Zustand für die Verteidigung. Machen wir das jetzt auch nochmal. Gott, schlechtes Beispiel. Also guckt euch nicht alles von mir ab, was ich hier tue. Das war jetzt nicht bedacht, weil Fahrer ist einfach das Letzte, was ihr levelt, weil das am wenigsten Effekt hat für eure Stats. So, jetzt haben wir das auf Maximum hochgelevelt. Ja, also das gleiche Prinzip. Ihr klickt die einzelnen Dinge an. Ihr müsst es erspielen. Und wie es für mich aussieht, kann man auch trotzdem noch das Flugzeug weiterleveln. Ich weiß noch nicht, ob man irgendwie noch weitere Teile dafür bekommt. Aber hier können wir testen. Ich kann die also auch gleichzeitig weiterleveln, wenn ihr bei dem Flugzeug noch nicht so weit seid. Und macht nicht das, was ich gerade mache. Nicht Fahrer leveln, sondern erst die anderen Sachen. Was ich hierbei jetzt auch gesehen habe, dass die koordinierte Operation freigeschaltet ist auf dem Test-Server. Ich kann hier mal draufklicken. Wir hatten ja schon mal Go Go Small oder wie der heißt hier vor einiger Zeit. Und das haben sie hier jetzt nochmal zum Testen implementiert. Ich kann mal schauen. Ich habe gerade eben auf Einzelmatch schon geklickt. Da ist nichts passiert, weil auf dem Test-Server gerade mit der Zeit wie ich nicht so viele unterwegs sind. Und ja, wahrscheinlich muss ich gleich wieder abbrechen. Aber die koordinierte Operation, die haben es wohl geschafft, nochmal ein bisschen weiterzuentwickeln. Das heißt, die könnte uns dann bald erwarten. Wir können ja vielleicht mal in die Belohnung reingucken, ob man hier sehen kann, Prämien, was man hier bekommen kann. Also es geht hier um die Helikopterteile. Je nachdem, welchen Platz man hier macht. Ich scrolle mal ein bisschen runter bis 200. Säuberungszeit, das ist ja mal Samstag und Sonntag gewesen. Die Allianz hat dann auch nochmal Prämien, je nachdem, wie gut eure Allianz im Start ist. Also das könnte uns demnächst auch erwarten. Zumindest wird es hier schon mal getestet. Damit das Video jetzt nicht zu lang wird, schauen wir uns abschließend nochmal kurz das neue Migo-Gebäude an. Migo kennen wir ja schon. Das ist ein Event über mehrere Monate. In dem Fall geht es jetzt hier darum, dass wir neue Teile salmen müssen, um den Ofen zu befeuern. Denn ihr seht, überall Schnee ist es sehr kalt. Sonst ist es das gleiche Spielprinzip. Es gibt auch wieder einen Laden, wo wir verschiedene Teile bekommen können. Unter der Room gibt es auch wieder ein Skin, den wir bekommen können. Das ist mit den gleichen Abzeichenanteilen, die wir hier brauchen. Und ich habe eine Grafik gefunden, wann das in welchem Start freigeschaltet werden soll. Die blende ich euch jetzt hier mal ein. Hier seht ihr diese Grafik, die ich im Netz gefunden habe. Ich kann leider nicht sehen, wo die Quelle her ist. Also falls ihr das wisst, gerne Kommentare unten schreiben. Aber ich glaube, es war von der offiziellen State of Survival Facebook-Seite. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Zumindest seht ihr, dass hier ab 20. Juni die ersten Starten das jetzt hier schon haben. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, ist jetzt Anfang Juli. Das heißt, in den nächsten Starten solltet das jetzt hier bald starten. Und ihr könnt diese Grafik so lesen. Ihr guckt euren Start an. Ich zum Beispiel starte 21. Dann gucke ich, wo ist der hier aufgelistet. Aha, bei mir geht das also am 1. August los. In diesem ersten Block von 19 bis 96. Da ist 21 mit drin. Das heißt, ich kann mich darauf einstellen, dass Migo Frostbite Event Anfang August losgeht. Sehr wahrscheinlich dann auch mit der nächsten Helden-Generation. Bei mir ist Generation 10. Das heißt, im August wird dann, ich weiß es nicht hundertprozentig, bis jetzt war es so. Deswegen kalkuliere ich mal damit, dass Generation 11 Helden bei mir jetzt hier auch Anfang August oder Ende Juli, also ungefähr einem Monat, freigeschaltet werden wird. Das war es für dieses Video. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das neue Design hier findet. Wir haben uns nicht alles im Detail angeguckt, aber ich glaube, so ein kleiner Einblick war da. Also die Funktionen sind auch die gleichen. Das sieht einfach ein bisschen anders aus. Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant, dass ihr gesehen habt, was uns demnächst erwarten könnte. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Alles Gute. Ciao.